jo leute was geht der rex hier mit dem 8.3 feuer magier guide lang versprochen lang rausgezögert aber es ist da da was machen wir in diesem guide wir reden über stats wir reden über essenzen wir reden über als rights reden über verderbnis und auch über die rotation und noch ein paar andere dinge kleinigkeiten vorweg möchte ich sagen das ist nur ein grundkurs den wir machen grobe richtungen die gehen in die gegen könnt mit allen möglichen wenn ihr das maximale rausholen weil das am char müsst ihr simmen ihr müsst auf rate boards gehen ihr müsst das da alles ein tippen das ist einfach leider so inzwischen ich weiß manche mögen das nicht aber wieder finden jetzt raus und müsst ihr das machen wenn ihr sagt eben möchte aber noch ein bisschen pyrus baller ein bisschen meteoros machen ein bisschen einämmscher ein bisschen menschen verbrennen dann seite mit diesem geist sehr gut beraten aber ihr müsst sim wenn ihr das meiste raus haben wollte bitte vergesst das nicht okay wir fangen direkt auch an wir fangen an mit den stats sind euren char nein spaß also also ja doch die stats wenn ihr euren char nicht simmen wollt sehen wie folgt aus und die sind eigentlich auch sehr akkurat zu dem was sind kreft meistens ausspuckt heißt also tempo ich spiele hier auf englischen klein deswegen werden hier viele englische begriff bekommen aber ich habe mir auf dem linken monitor fast alle begriffe auf deutsch hingeschrieben wartet ab ihr wird begeistert sein set prio ist also tempo vielseitigkeit krit meisterschaft und dann intelligenz okay das bleibt auch fast immer so außer ihr habt brutal viel tempo oder keine ahnung brutal wenig vielseitigkeit oder so dann kann ich das irgendwie ändern aber für single target und auch fast für auge bleibt das immer ziemlich gleich also fokus auf tempo und auf vielseitigkeit setzen okay essen und zwei haben wir erinnerungen an den klartraum lucid dreams das ist unsere major essenz für alles also es gibt da kein drumherum das ist auch feuer magier sage ich direkt hat ein paar items die müsst ihr haben und so funktioniert das back nicht und diese essenz ist eine davon ihr braucht die einfach da gibt es keinen ich habe aber die noch nur auf rang 2 und hier schon auf rang rein nein ihr fahren die auf rang 3 und spielt ja einfach keine ahnung die braucht ihr als minor also das keine essenzen haben wir ein bisschen spielraum da gilt auch so ein bisschen dass ihr die anpasst je nachdem was ihr fürs jetzt habt wenn ihr zum beispiel wenig vielseitigkeit habt könnt ihr ohne probleme konflikt und konflikt und zwietracht nehmen wenn ihr aber wenig tempo habt oder noch mehr tempo haben wollt spielt ja mit der iris er ist in deutschen essenz der fokussierung ihres ja ich persönlich nutze immer press of the dying zu deutsch atem der sterbenden und ich bin ein sehr sehr großer freund von formless void formlose lehre gibt uns halt sau viel int und ein bisschen hast und das ist quasi einfach nur ein krasse also es ist wenn ihr mal schade macht das ist passiv so viel schaden der reinkommt vor allem in exe gut war das ist unglaublich also das ist so eine must have meiner sense die ich für alles drin habe die spiele ich im raid fast immer weil ich eine super krasse abdammt und das gute ist dass der effekt auch getriggert wird wenn wir selber unsere sens nutzen das heißt wir kriegen halt auch auf unserem burst safe die 602 innen und das bisschen heißt also die beiden kombos spiele ich immer sehr sehr gerne und ich will meistens ihres im raid in m plus nutze ich aber sehr sehr gerne reinigungsprotokoll purification protokoll macht auch unglaublich viel bums overall einfach geil was ihr im radar noch spielen könnte also war abhängig davon wie viele das andere auch noch haben ist die essenz aus den islands hier wird ein resonanz zu deutsch resonanz der welt aber da müssen einiges haben da braucht ihr vier stecks per abteilen mit sich das wirklich lohnt deswegen spiele selber auch nicht so gerne das ist so mein stanz hätte fast ich eigentlich spiele werden plus nämlich dann die iris raus und packt das protokoll darin quasi so lassen die essenzen denkt dran ihr braucht die hier alle also ihres ist okay als meiner flame ist auch gut als meiner blatt aus dem ist auch gut vor allem im plus als meiner konflikt und stride wie gesagt das waren sie dann aber auch so also ihr habt dazu müssen spielraum wenn ihr irgendwie weiß ich nicht an konflikt und zwittrag nicht rankommt weil er kein pvp macht ist es nicht so schlimm das ist einfach nur lucid dreams erinnerung an den klartraum die braucht ihr auf jeden fall punkt nummer drei es bereits das ist relativ simpel beim mage wir wollen dreimal blaster master haben zu deutsch meisterlicher feuerschlag ihr wollt ihr dreimal haben bester trade zum stacken richtig geil für single target richtig gut für aoe richtig gut bombe mega geiler trade dann wollt ihr mindestens einmal lauffeuer haben zu englisch wildfire warf hat unserem pyro schaden ein bisschen und was unsere combatschen quasi auch noch ein bisschen und unsere party member auch also dem mindestens also den einmal wird auch mit zweimal drin haben aber einmal auf jeden fall ok meisterlicher feuerschlag dreimal lauffeuer einmal und ein oder zweimal feier meint klammende gedanken zu deutsch ok einmal blaster master einmal war er meint einmal wildfire aka lauffeuer und dann irgendwas was noch kriegt es ist so dass wir im raid halt saudi guten er so weit kriegen für mich gerade hinten raus wir haben alle blaster master von haus aus und auch entweder feier meint oder wildfire also lauffeuer oder flammende gedanken sorry für es immer wieder ins englische rutschen als klein trade geht nichts über überwältigende kraft ist halt ein haze buff haze ist unser bester stat da geht nichts drüber ansonsten sind diese exekutiger gut ripper ich weiß den deutschen begriff dafür hat nicht und instabile flammen auch sehr sehr gut und in der letzten reihe mit erwartet wird irgendwie verpasst nutzen wir gerne so eine mischung aus keine ahnung mehr absorb kriegen mich selber heilen können blink und irgendwas anderes also ich mag da ich mag es ja so ein bisschen vielfalt drin zu haben aber wie gesagt war es nicht nur die auswahl zwischen zwei sachen da gibt es jetzt nicht so die krasse auswahl doch so ein bisschen personal preference in der reihe dann trinkets ein ganz großes thema ein paar kennt es vielleicht es gibt einen place damit doppel und news trinket also zwei trinkets die man nutzen kann effektiv das hat man halt mit dem trinket aus eternal palace gemacht mit dem font of power plus halt so einen pvp und news trinket da ich aber davon ausgehe dass alle die ne font haben sich bestimmt kein guide von mir angucken weil sie wissen was sie tun müssen und ich davon ausgehe dass leute die sich ein guide angucken wahrscheinlich nicht mehr als von den palace raiden gehen lassen wir den place ja auch so ein bisschen raus ich bin da selber nicht so der krasse freund von macht zwar spaß und so aber ist von den timings thema ein bisschen klanky und man muss halt die bosse gut kennen damit man wirklich am maximum performen kann deswegen lassen erstmal raus was hier auf jeden verbraucht ist eine news trinket ich habe jetzt hier das corrupted gladiators badge das ist das beste was ihr kriegen könnt also news gibt nichts besseres abzeichen des verdorben gladiators kriegt ihr glaube ich wenn ihr eure weekly pvp caps macht in der dritten oder vierten woche kriegt ihr das in 445 glaube ich ansonsten was ihr euch auch holen könnt ist der unheilfeuer zweig der job in waycrest kronsteig anwesen glaube ich im deutschen macht quasi das gleiche hat von haus aus mastery drauf was nicht so cool ist da ist hat die vielseitigkeit auf dem pvp trinket um einiges besser aber gibt auch verdammt vier int und das ist das einzige was wir brauchen weil das wichtige ist beim fire mage dass wir unser unsere börse windows die wir haben komplett maximieren und dafür brauchen wir richtig richtig starkes news trinket also nicht dran kommt in offener was hohes gemacht tut auch das hier kleiner keine info das dingen auf 455 ist besser als das dingen auf 475 habe ich heute mal durchgesinnt spaß deshalber das heißt wenn ihr auf 14 spielten arena oder 12 dann könnt ihr aus der weekly chest das trinket bekommen ich glaube auf der auto auf dem beispiel müsste das dann ungefähr sein und das ist halt besser als das hier 75 was die quasi nur aus der m plus kiste kriegen könnt also macht ein bisschen pvp ich weiß manche mögen das überhaupt nicht aber die 10 12 13 games wenn man macht die woche aus richtung werden sehr wichtig also das ist wirklich sehr 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 wichtig genauso wichtig wie die essenz die offen erwähnt haben und noch ein anderes sehr 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 wichtiges item was auch must have ist ansonsten könnt ihr einfach spietern frost das hier die essenz und diese handgelenke damit könnt ihr eure feuerschlag stacks besenden unglaublich stark werdet ihr gleich noch sehen wenn wir uns gleich meinen börse anschauen unglaublich gut unglaublich gut unglaublich gut unglaublich gut ist auch ziemlich egal welches item level und das sogar in m0 farben gehen wenn ihr wollt es geht einfach nur um den effekt weil bis auf main stats mit intelligent und intelligenz und ausdauer sind da keine sets drauf deswegen ist es fast egal ob die jetzt 4 15 sind oder 4 75 natürlich je höher desto besser wenn auch irgendwie ein socke mit drauf ist noch besser wenn der corruption drauf ist die gut ist noch viel 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 besser aber das braucht ihr okay das braucht ihr und wir zu den talenten das schöne ist beim mage wir haben quasi nur okay wir haben drei specks wir spielen so gut wie man muss die deutschen begriffe ablesen tut mir leid aber ich möchte nicht wieder geflamen werden oder ich habe die ganze zeit nur englisch im deutschen gehalten single target spielen wir den speck brennende berührung macht unseren scorch und execute dann flimmer im karsten blinken mega geil ohne flammen inferno frenetische geschwindigkeit es gibt ein paar bosse da kann man auch zwei noven spielen oder ringer frost aber wir bleiben aber erst mal dabei groß brand für single target und meteor das einzige was sich dann ändert in der m plus oder generell auf klee fights ist dass wir also in der m plus flame patch flammen 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 feld spielen oder es gibt auch ein paar boss falls im aktuellen rate da können wir lebende bombe spielen zum beispiel bei meint ist ein sehr sehr guter boss weit für lebende bombe wo habe ich das noch gespielt lektioner kann man sich auch überlegen aber nicht unbedingt und karapatze ist mega geil letzte phase kommen hunderttausende als living bomben da rein 20 prozent von oberbaus schaden ist nur lebende bombe macht mega spaß also so ein paar bosse gibt es da in dem plus will ich nicht dazu raten außer ihr habt eine stammgruppe und macht mega super krasse super puls mit zehn zwölf mobs also die ganze zeit ansonsten lohnt sich das nicht da müssen wir ein flamet spielen mag den play den den play ist damit mit flammen fällt auch nicht so gerne aber witz machen muss man ist aber nicht gut genug war also dass der single target speck und könnte es gar nicht sehen ich habe es gleich dass der single target speck das ist der im plus speck ziemlich simpel eigentlich ähm jetzt kommen wir zu meinem lieblings thema verderbnis effekte auf single target geht nichts über infinite stars unendliche sterne glaube ich heißt es ähm mega mega stark das der einzige nachteil davon ist das habe ich heute im hc rate bei uns auch gemerkt oder gestern das muss hochstacken du es kommt so ein debuff auf das target und das kann bis zehn hochstacken und dann macht es halt pro stack 25 prozent mehr schaden heißt wenn wir zehn haben macht 250 prozent mehr damage was fucking vieles problem ist aber bei uns ist es so dass die hc bosse drei bis vier minuten leben und man oft nicht mal bis zehn stacks hochkommt deswegen bei super kurzen fights lohnt sich das nicht in einem plus ist es eh komplett scheiße ich habe es mal ausgetestet selbst sind in tyrannischen wochen also die bosse gebafft sind und mehr hp haben lohnt sich das einfach nicht eventuell wenn man mal auf die 20 plus keys hochgeht da eventuell aber auch selbst da glaube ich nicht dass sich das lohnt also unendliche sterne echt nur wirklich richtig richtig gut im rate auf aoe haben wir mehrere gute wir haben erstmal diesen zwielicht verwüstung toilet devastation das ist das hier wo so ein beam raus geflogen kommt hatte vielleicht schon mal gesehen kann manchmal mega geil sein weil es war die ganze zeit pro kann manchmal auch komplett scheiße sein weil es prokt und eine ganz andere richtung geht als es eigentlich gehen soll immer so einen balance act und ansonsten meisterschaft nie heißt das meisterhaft heißt die verdächtnis da kriegen was wir da wo wir mehr mastery aus allen quellen kriegen jetzt werden manche sinken aber wenn du hast auch gesagt dass mastery voll scheiße ist ja ist es auch auf single target auf aoe wird es ein bisschen besser und vor allem darf das unseren unseren blaster master trade da gibt uns ja so viel mastery also meisterschaft deswegen gehen wir auch nicht groß auf meisterschaft weil wir alle unsere meisterschaft durch diesen trade bekommen und die verdächtig going head ist der verdächtnis effekt habt das ganze quasi einfach ne ansonsten alsens Turns wie gesagt ihr müsst da wirklich sind also gab bei den verdächtnis sachen somit lotus werden ernsten und mit den mit den s ried e soweit Trades das kann man auch so gerade hinkriegen aber gerade Corruption Effekte ist super super wichtig, dass ihr das durchsimmt weil ihr ja auch an bestimmte Caps gehen wollt, wie viel Corruption ihr mitnehmen wollt, wie viel Verderbnis ihr mitnehmen wollt ihr wollt ja nicht mit 700 Verderbnis spielen deswegen tendiere ich da immer zu, wirklich zu sagen, das müsst ihr simmen, ist auch nicht so schwer wenn ihr wollt, mache ich euch auch einen Guide dazu, da gibt es aber auch schon ungefähr ich habe mal durchgerechnet, 7 Drillarden im Internet, vielleicht findet ihr einen auf Deutsch da gibt es schon auch so 2-3 Stück und dann seid ihr Gucci ne Waffenvz Turrent of Elements, ich weiß nicht gerade den deutschen Begriff der Elemente bufft einfach nur unseren Feuerschaden quasi und Gems und Verzauberung nehmt ihr ansonsten Tempo außer ihr habt ganz 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 Dolphin, da könnt ihr auch auf Vielseitigkeit gehen yo das Verderbnis ist ein komisches Thema immer schwierig, da was rauszugeben, was irgendwie Sinn ergibt deswegen ne was ich sagen kann, unendliche Sterne für Single-Target super gut im Raid für Instanzen meisterhaft, Zwie-Dicht-Verwüstung ich finde die Tentakels hier auch noch ganz cool da habe ich auch noch so Hände von wie gesagt, da müsst ihr damit arbeiten was ihr halt bekommt, ne man kriegt ja nicht mehr was man haben will ja besten Rassen für Magier für Feuer Mage sind auf Hornseite Troll äh auf Ali glaube ich Zwerg ich glaube das ist ein bisschen unterschiedlich mal auf Aoi und Zing aber ich glaube Zwerg und Menschen sind relativ gut ich glaube Voidelfen auch auf Ali aber auf Horde ganz klar Troll wenn ihr natürlich den meisten Swag haben wollt und ihr wisst ja Swag macht 5% mehr Schaden untot falls ihr Ali spielt Trance zur Horde ok Rotation hat sich eigentlich nicht viel geändert zu 8.2 also außerhalb von Kermasch ist es halt wirklich einfach nur Fireball Kasten dann oh du hast ein Proc drückst du Feuerschlag haust du den Pyro mit raus oh Proc Feuerschlag Pyro oh kein Proc Fireball Kasten nochmal Fireball Kasten oh Feuerschlag Pyro Fireball Kasten ihr müsst immer Fireball Kasten Fireball also Feuerball im Deutschen nicht dass es wieder Leute rummeckern das ist die das ist die ganz normale Rota also das ist wirklich glaube ich eines der einfachsten Specs die du spielen kannst und wie vorhin schon mal erwähnt das Wichtige ist der Burst und der Burst muss sitzen und den Burst müsst ihr üben 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 selbst ich sitze teilweise noch hier und übe teilweise eine halbe Stunde meinen Opener damit dann einfach fließend durchläuft damit man nicht nachdenken muss dann muss einfach einfach so aus der Hüfte muss dort geschossen kommen und der Burst sieht wie folgt auf wir machen einen Hardcast Pyro oder einen Hardcast Fireball Feuerball darauf ziehen wir unsere Essenz dann legen wir unsere Rune während der Rune drücken wir Fireblast Feuerschlag und dann ist es abhängig davon ob unser Feuerball am Anfang gekrittelt hat weil danach ist nur noch Combustion drücken Meteor nee gar nicht wahr Meteor dann Combustion wenn der Meteor fliegt und dann oder ich ich muss das spielen damit ich das hinkriege ich kann das so nicht sagen glaube ich dann ist es einfach nur noch Fireball Pyro Fireball Pyro Fireball Pyro nicht Fireball aber was rede ich denn da Fireblast Pyro Fireblast Pyro Fireblast dann ziehen wir unsere Handgelenke und dann machen wir wieder ich zeige euch das einfach mal ok weil sie das jetzt was das zu schnell für euch ist macht das Video einfach auf halbe Geschwindigkeit ich versuche das noch mit zu sagen es ist aber schwierig weil es wirklich ok also Feuerball Essenz Rune Meteor Combustion und dann ok also Feuerball Essenz Rune dabei Fireblast Meteor Combustion Fireball Pyro Fireblast Pyro Fireblast Bracer Pyro Fireblast Pyro Fireblast Pyro Fireblast Pyro Fireblast Pyro Fireblast Pyro das ist der ganze Burst und danach kastet ihr einfach ganz normal wieder eure Schnahtrohle wichtig ist danach ihr wollt immer eine Rune für eure Meteor fertig haben der zweite Meteor nach eurem Einäschern den müsst ihr ein bisschen delayen den müsst ihr auf Codown halten quasi weil ihr den wieder für die nächste Einäschernphase haben wollt ok wir machen jetzt hier noch ein bisschen Schaden ba bumm ba bumm ba bumm da immer schön raus aus dem Corruption Zeug einfach nur Casten dann legt ihr wieder eine Rune da der Meteor drauf jetzt seht ihr ja die haben jetzt noch 45 Sekunden auf Meteor und eins irgendwas auf unsere unsere Einäschern und das müsst ihr halt ein bisschen rauszögern ich habe hier auch ein Makro für meine Einäschern das hat mein Unuse Trinket mit drin das muss natürlich auch mal mitgezogen werden und der Rest sind so ein paar Toys das könnt ihr gerade gar nicht sehen da das ist ja nichts besonderes einfach echt nur Bratute Combustion dann auch so ein Unuse Trinket das sind hier Toys das ist Toy das ist Toy ich mag Toys und dann Cast Einäschern das ist nicht so krass das war die Single Target Router für M Plus wenn wir mit Flame Patch spielen was wir um uns gerade noch drin gehabt haben für M Plus gilt wenn wir Bursten auf ein Target machen wir die ganz normale Single Target Router also selbst wenn wir sieben Mobs da stehen haben machen wir trotzdem keinen Flammenstoß in die Router mit rein okay ihr versucht dann wenn ihr große Pulse habt einfach den Mob zu nehmen mit der meisten HP und auf den dann knallt ihr eure Single Target Router und dadurch dass ihr so viel Damage in das eine Target reinpumpt ist euer Ignite Schaden also euer Entzünden dort wird halt ist hoch und der spreadet ja von ganz alleine und dadurch macht ihr euren Aue Schaden außerhalb also das würde dann so aussehen quasi das ist jetzt das dickste der dickste Minion und dann burstet ihr einfach ganz normal wie auf Single Target auch einfach da drauf einfach ne wieder durchrotieren und das war's so jetzt ist Combustion Ende und jetzt ist okay was mach ich jetzt im Aue wenn die Mobs auf 30% bin sind dann nutze ich immer gerne Scorch als Filler ich werde es natürlich jetzt nicht zweimal kritten aber wenn du zweimal krit ist dann hast du ein Instant dann machst du Flamestrike und dann drückst du wieder Scorch wenn die Mobs auf 30% sind ansonsten was ihr machen könnt ist hier das krass ist einfach Flammenstoß hart und dann jetzt kommt der Tückie Part in der ganzen Geschichte drückt ihr immer noch Feuerschlag zwischendrin damit ihr euren Blaster Master Stack hier mitlaufen habt bitte und dadurch pusht ihr eure Mastery das müsst ihr so ein bisschen durchjongnieren also drückt dann immer Flamestrike nebenbei Feuerblast da seht ihr hier rechts unten die Stacks kurz wieder Feuer erneuern erneuern und dann läuft es natürlich immer ab und zu ein bisschen aus aber so könnt ihr halt so ein bisschen den AOE Damage overall noch ein bisschen pushen ja das war es eigentlich overall noch zu sagen Feuer Mage momentan sehr sehr gut in M Plus wie auch im Raid in PvP auch sehr sehr stark also overall wie immer OP wie man es kennt vom Feuermagier nochmal ganz kurz zusammengefasst was ist wichtig die Essence ist wichtig Lucid Dreams die Handgelenke sind wichtig On-Use Trinket ist wichtig äh das war und Untot spielen und Char durch Sim Simmen 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 wie gesagt schreibt es in die Kommentare ob ich mal so ein Video machen soll für euch und lasst allgemein Kommentare da wenn ihr noch Fragen habt fragt bitte wenn ihr sagt boah wenn du bist einfach nur fett halt die Fresse könnt ihr auch gerne schreiben schreibt Kommentare lasst einen Daumen da macht einen Daumen runter und wichtig lasst ein Abo da weil ich hab mal geguckt die meisten Zuschauer sind nicht Abo Menschen bei mir und das kann so nicht weitergehen und kommt auf Twitch da bin ich jeden Tag online und ich spiele Feuermagier nicht nichts anderes ich kann nur WoW danke fürs Zuhören es war mir eine Ehre heute rein ich bin raus peace peace und ich bin raus ich bin raus ein Abo und ich bin raus bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal